Wer bei diesem Wetter laufen geht, braucht einen starken Willen und einen guten Regenschutz. Trotz mehr als nur gewohnten Nieselregen und einstelligen Temperaturen haben es sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salzburger G nicht nehmen lassen, um Salzburger Businesslauf mitzumachen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren sich wirklich gegenseitig. Trotz dem Wetter, die wollen laufen, die wollen ein gemeinsames Teambilding haben, die wollen Spaß haben. Also wirklich eine totale Motivation und eine Freude. Insgesamt sind 9000 Laufbegeisterte aus vielen bekannten Salzburger Unternehmen an den Start gegangen. Über 140 davon im Lauftreß der Salzburger G. Solche Veranstaltungen sind sehr wichtig für uns, denn wir verfolgen das Ziel, nächstes Arbeitgeber zu sein. Und solche Veranstaltungen helfen uns dabei, auf dem richtigen Weg zu sein, weil bei solchen Ereignissen, wo so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam ein Ziel verfolgen, ein sportliches Ziel, das hilft uns auch im Alltag immer wieder weiter. 5,9 Kilometer ist es für die Läuferinnen und Läufer durch die Salzburger Altstadt gegangen, mit voller Motivation. Kein Wunder, Sport wird bei der Salzburger G. großgeschrieben. Gesundheit ist das Wichtigste und wir aus Salzburger G., wir aus Betriebsrat und aus Unternehmensleitung schauen ganz bewusst auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Wir haben verschiedene Aktionen, wir haben ein Bildungsprogramm, Rückenfit unterstützen, Fitnessstudio, Teilnahme. Wir haben zig Sportsektionen, wo wir die Kolleginnen und Kollegen motivieren, teilzunehmen. Die Laufzeiten waren beim Businesslauf Nebensache, auch wenn einige auf den letzten Metern noch alles rausgelassen haben. Die Belohnung war eine Medaille und ein noch stärkeres Team.